Ich lese heute den Vers des Tages vor, aus dem Buch 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Amen. Yo, was geht? Chamakos, geh am Start! Back mit einer neuen Reaktion. Yes, sir. Wir haben für euch eine latest Reaktion heute. Wir starten direkt los ohne viel Blabla. Als erstes haben wir Simba mit dem Song Kamam, ich beschütz dich. Ich mach heut Gangs heiß, aus dem Peugeot raus. Trappen im Hochhaus, den High, wenn ich hochlau. Kamam, mich beschütz ich. Wir kommen mit Klappfons, die Hausschuhe in der Face und Bargeld ist nützlich. Ich mach ein... Aus dem Peugeot raus, den in dem Hochhaus, den in den Hochhaus, den in den... Weib ich? Ich fühl... Ich fühl, ich will einfach weiterdrehen. Auch Haus mit der High, wenn ich hochlau. Kamam, mich beschütz ich. Wir kommen mit Klappfons, die Hausschuhe in der Face und Bargeld ist nützlich. Dein Lutsch-Gebäck ist schlau, doch du hast kein Swap. Weil ich dir nicht vertraue, also lass deinen Check. Meine Leute hängen... Boah, ich fühl das, ne? Boah, das ist Pipe. Guck mal, Simba und Pasha haben einfach den eigenen Sound, deswegen... Die sind Berlin-Top-Tier von denen, die neu, weißt du, neu neu sind, weißt du? Auf jeden Fall, Bruder. Diesen Simba, den kann er ruhig öfter knallen, ja? Kamam, mich beschütz ich. Ich mag genauso diese Melodische, Bruder. Hä? Simba? Bro, also, wie gesagt, Simba, Pasha, das ist einfach diese... Bruder, ist das ehrlich? Das Ding ist, die haben ja schon 2017 oder so auf Soulcloud angefangen, sind erst 2019 durchgegangen. Bruder, ich sag dir aber ehrlich, das ist eins der besten Tracks von denen, sag ich dir ehrlich, Bruder. Ja, Bruder, sehr stark. Eins der besten Tracks von Simba. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon hält. Ja, schreibt mir. Von eins bis zehn. Simba, Tamami, ich beschütz dich. Link is down below. You know. Fühl ich zu stark. Das ist auch ein richtiger Summer-Vibe-Song, Bruder, sag ich dir ehrlich, Bruder. Like that. Der Bruder hat Zafi immer auf jeden Fall. Ganz klare Sache. Aber der hat auch lange nicht mehr gejoggt, ne, oder? Ja, die joggen generell so in so guten Monatsabständen, weißt du? Ich glaube schon ein halbes Jahr. Sogar mehr, sogar. Ja, so drei, vier, fünf, sechs Monate. So wie unser nächster Kandidat jetzt Bruder Pasha Nimm. Sein letzter Song war auch vor einem Jahr, Bruder, mit den Sommergewitteren. Schu. Sommergewitteren, mein Blatt. Auf jeden Fall, jetzt haben wir Pasha Nimm mit dem Song Kleiner Prinz. Weißt du, was das Ding ist? Bei Pasha, sein Vibe, einfach immer chillig, Bruder. Und topbar, ne? Und man weiß, der kam so viele Fischentümer, diese Airwaves, diese Sommer-Techno-Scheißen. Oder diese Paris, Bruder. Oder diesen harten, Bruder, mit Chabas-Botten, oder? Weiß ich nicht, mein, oder diese ruhige mit Hauseingang. Der ist viel Fischentümer, variabel. Das ist viel Fisch. Musik Musik Was? Der flug, ne? Boah, der ist einfach... Fascha Nimm, Bruder, muss mein Bart kratzen. Ja, oder? Fascha Nimm, Bruder. Der gibt mir diese... Boah, der ist so verrückter Typ, Bruder. Und der Beat auch behindert, ne? Ich mag Pasha Erich, Pasha Simba so. Die machen das richtig gut. Die machen das auf deren eigene ab, oder? Du merkst, das machen wirklich nur die, weiß ich mal, ne? Und das ist krass. Wenn du dir denkst, boah, die haben lange nicht mehr gejobbt, dann droppt einfach einer von den beiden. Und dann denkst du dir, was geht ab? Dann denkst du dir, was geht ab? Wie bei denen? Dann liefern die ab? Immer ab, oder? Das ist die Rocko. Ich sitz Möckernstrasse. Trink das Perso mit deinem Giotto. Uli, komm, mein Tape. Ich hör, das wär den Epo. Mein Bonus bei den Kopf. Schreib die Nummer auf, ein Paypal. Den Sommerpolo, Sportture. Ich in 97er-Likes. Und mein Shirt, das ist weiß. Da steht Kreuz-Pack-Sex-Sens. Oh, 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 oh! Hard! Hard! Einfach. Der ist wirklich kleiner Prinz, ne? Bro. Passt, Bruder, dieser Songtext? D. Ich würde sagen, Songtitel, Bruder, passt zu seinen Namen, oder? Oh, geil! Das sind einfache Tracks, die gehen nicht mal zwei Minuten, aber du kannst dir den einfach zehnmal hinterhergeben. Bruder, aber das Ding ist auch, manchmal hören die Songs sich beim nächsten Mal, hören viel krasser an, ne? Ja, weil du auf mehr achtest. Bro, was? Erstmal, du bist geflasht, und dann gibst du dir noch mal an. Erstmal schon, oh, das ist chillig beim Tracks, und dann denkst du, yo, was poppin', bro? Shit is hot, Bruder. Ich mein kleiner Prinz. Passt an dem kleiner Prinz. Link ist in der Beschreibung. Gibt euch. Yeah, yeah, who's next? Als nächstes haben wir Durata Dora featuring Luciano mit dem Song Adrenalina. Ja. 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 Die machen das auch so gut, ey. Die machen das so gut. Diese Hit-Songs, diese Party-Songs, die machen das richtig gut, Bruder. Krass. Macht der ein Ding. Du kannst nicht mal sagen, okay, das würde ich vielleicht so machen. Weiß ich mal, das klingt einfach richtig gut. Nein, nein. Was wirklich so gut? Ist das nicht so gut? Vibes. Vibes?! All about Vibes?! Ja. Was ist das wohin? Was ist das? Nicht so gut? Man tut es, Bruder. Wir haben auch alle keine anderen. Wir müssen leider die blöden mit 60ern. Wir haben die blöden. Wir haben die Vibes? Ich muss das nicht sehen. Ich bin jetzt mal klar! Das ist so hart! Komm schon! Das ist so hart! 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 ALLAH! Ja, schon im Nikon. Komm und back, mein Ghost President. Jo! Jo! Boah, das kam nicht. Du-lata. 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 Das kam auch mit deiner Stimme? Hättest du nicht gedacht? Nein, nein, das hättest du nicht gedacht. Warum ist es eigentlich so gut? So auf diese Dancehall, ne? Bruder. Luciano auf Dancehall? Kommst du, na? Echt gut. Seine Stimme ist ja bassig. Du-lata. Du-lata. Hast du ja auch gehört, Bruder? W博 es gar nicht, warum. Blöde. Du-lata Wär das letzte für heute, der letzte? Der letzte?! Als letzte haben wir Mero, mit dem Song Du und ich. Let´s go. Damn, ja? Der Erwachsene Metal! Ich wollte grad sagen, wechsel 안 Cake. Der Erwachsene Metal... Der! Der ist groß geworden, ja? Big Boy now, ey! Der ist melodisch richtig gut geworden, ey? Oder kommt mir das nur so vor? Was noch immer. Aber das klingt jetzt richtig sauber ab, Bruder. Das klingt so, als würde er nur durchgehen, weil ich mal in diese Schiene fahren. Könnte er auch. Auf jeden Fall. Das klingt der, Bruder, hä? Boah, der hat schon gezeigt, dass er den QDH-Flow hat. Der kann auch den Melodischen. Ich bin nur dich, so viele Frauen. Okay, manchmal ist so, was ich meine. Sogar mit neuer Frisur, Bruder, lange Haare sätzt, Bruder? Ja, ja. Okay. Du weißt, dass wir uns nicht verlieben. Sehen wir uns nicht in die Krise. Wie du schmeckst und dich bewegst und deinem Drag. Wie du schmeckst und dich bewegst und deinem Drag. Bro, Melod? Deinem Drag. Ich finde, richtig gut geworden. Bruder. Bro, der war schon immer krass, aber der wird immer besser. Ja, der hat stark an sich gearbeitet. Das haben wir die letzten Male auch schon gesehen, Bruder. Finde ich sehr gut. Der macht nur positive Entwicklungen. Boah, der ist nur am Hustlen. Ich finde, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ich bin ehrlich, sehr stark. Vibes. Vibes. Egal, welcher anderen, der das vorsingt, woher die heiratet ineinander. Bruder, ernsthaft, auch lyrisch, Bruder. Der ist besser geworden, ja. Der macht auf jeden Fall seinen Job richtig gut. Ciao, I'm Melod. Keep hustling, keep doing your thing, Bruder. Melod mit dem Song, du und ich. Drop in die Kommentare, welcher Song der beste war von dieser Latest. Yes, Sjönski. Das war's auch mit der Reaction. Allerdings findet ihr die wie immer unten in der Beschreibung. Like, share and abonnieren, bis es ja was abgeht. Was, was, was? Was wirst du? Was du gesagt, das will er wissen, Bruder. Ciao, Gus Gang. Abonniert. Links. Glocke aktivieren. Grr. Babau. Babau. Babau.